Hallo, hier ist Christian von Beach Inspector. Ich bin auf der Insel Koh-Pi-Pi und heute bin ich für euch am Lem-Hin Beach. Dieser Strand ist vom Zentrum Koh-Pi-Pis aus wunderbar zu Fuß zu erreichen und hier geht es doch erheblich ruhiger zu als an den beiden Hauptstränden. Obwohl auch hier die Longtail-Boote vor Anker sind und es natürlich deswegen auch Motorengeräusche gibt, aber insgesamt ist die Geräuschkulisse hier doch erheblich geringer. Dafür habt ihr hier eine wirklich schöne große Sandfläche, vor allem bei Ebbe, wenn das Meer sich auch recht weit zurückzieht. Bei Flut kann man hier aber auch wunderbar baden. Es gibt einige schöne entspannte Resorts und Restaurants und ihr habt im Hintergrund natürlich den Ausblick auf diese gewaltigen Felsen von Koh-Pi-Pi. Also ein wirklich schöner und entspannter Ort, um einen wunderbaren Strandtag zu verbringen. Bis zum nächsten Mal.